Ein Baum kann den Zug stoppen. Falsch. U-Boote können implodieren. Richtig. Wenn man Chops Ball ins Wasser wirft, rennt er ihm hinterher. Falsch. Man wird verhaftet, wenn man Cops mit einem Schneeball abwirft. Richtig. Man kann die Leiter in Franklins Pool benutzen. Falsch. Franklin kann vom Dach in den Pool springen. Richtig. Man kann den Kran zerstören. Falsch. Wenn es schneit, ist es rutschiger. Falsch. Man bekommt Schaden, wenn man gegen einen Kaktus läuft. Falsch. Kommentiert euren Mythos.